Wir fliegen jetzt einfach mal ein bisschen nach oben. Wenn du nichts rausschaust, dann sieht man besser die Lage vom Flugzeug. Okay, die ist steil. Boah, ich spüre die Kräfte jetzt schon. Ich weiß, das ist noch gar nichts, aber... Wir haben noch keine Kräfte. Aber was redest du? Alles klar. Schau mal ganz einfach, ich zeig dir vorher, wie ein Flugzeug nicht mehr fliegt, dass du weißt, was im schlimmsten Fall passiert und dass das auch kein Problem ist. Wenn ich das Gas jetzt da rausnehme und dann einfach abziehe nach hinten, ziehst du es, trudeln wir runter, merkst du es? Ja, jetzt trudelt der Flieger. Und jetzt fliegen wir wieder, schau mal. Also auch alles kein Problem, oder? So, wie geht's dir? Gut. Super. Also, fangen wir mal mit Kunstflug an. Aber geschmeidig, ja geschmeidig. Wir machen jetzt mal einen ganz normalen, einfachen Looping, das ist Anfängerprogramm. Das sollte für dich jetzt überhaupt kein Problem sein. Wir holen ein bisschen an Speed, gehen runter so, vielleicht jetzt mal auf die Höhe von 6000 Fuß. Und jetzt ziehen wir ganz vorsichtig an, schau mal. Überhaupt keine große Belastung. Kopf nach hinten, dann siehst du eh, was da jetzt kommt. Ist das okay? Okay. Holy **** 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 Ja, bist du und zappert. Halb so schlimm, oder? Ja, Anfängerprogrammhauszeug. Ja. Alles Gute. Kleine Rolle nach links in der senkrechten. Oh mein. Ein bisschen Energiebelastung, oder? Wie merkst du jetzt? Oh. 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 Alles okay bei dir? Du zappert, ja, ja. Ist das schlecht? Nein, nein, es geht noch, es geht noch. Sehr gut. Da machen wir jetzt den Kranüberschlag nach vorn. Oh. Oh, das ist nicht los. Ja, pfft. So, jetzt sind wir wieder da. Das war jetzt schon, wir haben ein ganz Anfängerprogramm. Jetzt ist es schon ein bisschen rumgegangen, du hast gemerkt. Oben, unten, Vorwärtsüberschlag. Aha. Aber ich sage mal, Riesenrespekt für meine drei Moderator. Wuh. Ziemlich cool. Danke. Ja, es läuft, es läuft noch. Das Blut ist weg, aber ich bin geistig, bin ich nur bei dir. Sehr gut, schlecht ist da auch nicht, oder? Nein, schlecht, es kommt erst am Boden. Na ja, da vertragst du eh was. Da können wir so ein bisschen radikalere Figur machen. Es ist jetzt nichts für Extremes, aber es ist einfach kurz und knackig. Bist du bereit? Ja, dann geht's ja aus. Okay. Ist jetzt eine Snaprolle? Ja. Sagst du mir noch, welche ich es ist? Nein, geht nur einmal rundherum. Passt du jetzt. Eins, zwei, drei. Hoppala, dieses Headset weg. Gell? Jetzt bist du wieder da. Okay. Okay, das war jetzt heftiger. Jetzt ist man kurz aufgestoßen. Ja, da vertragst du schon einmal einiges. Passt gut. Ja, Landeanflug ist vielleicht kein ganz normaler. Wenn wir jetzt da so ein bisschen hochziehen. Ja, 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 das macht es absichtlich. Ja, das macht es absichtlich. Oh, das war ab. So. Ganz glücklich jetzt, dass die Landetiste zu. Das kriege ich wieder Füße. Ja, ja. Boden unter den Füßen, sage ich. Nicht Füße unter Boden. Ich kriege wieder Füße. Ja, was meint Konfuzios? Konfuzios. Lauf nicht mehr, aber erleben. Bitte. Da sind wir schon, ja, bei uns hast du gar nicht gemerkt, dass wir gerade jetzt sind. Na, dann mal überflogen, oder? Ja.